Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich auf meinem Album. Ich versichere Ihnen, sämtliche Lieder sind entweder geklaut, wie dieses, oder von mir selbst gemacht und sind schlecht. Ich versichere Ihnen auch, dass es sich nicht lohnt, weiterzuhören. Das Album trägt den Namen Der Pferd mit Menschenbein, inspiriert durch eine Geschichte aus der Vergangenheit, als ich noch ein kleiner Tiger war. Jetzt bin ich zwölf. Genau. Ich trinke gerade Bier. Bier ist sehr lecker. Sie wollen wahrscheinlich hören, wie sich das Album anhört. Sag ich aber nicht. Und nun für meine japanischen Freunde. Alles nochmal in japanisch. Und nun für meine japanische Freunde. Ich versichere Ihnen, dass es sich nicht lohnt, wie sich das Album anhört, oder 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 wie sich das Album anhört. Wenn Sie jetzt immer noch zuhören, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß auf dem Album Der Pferd mit Menschenbein. Guten Abend. Bis zum nächsten Mal.